Sixt AutoAbo heute will ich meine erfahrung mit euch teilen und da würde ich mal sagen leute los geht's und wie ich das ganze hier gestalten will erzähle ich euch jetzt und zwar habe ich da verschiedene unterpunkte einmal die bestellung dann die kosten und die ausstattung dann abholung abgabe kontakttelefonservice und am ende will ich dann noch mal die probleme schildern und ob es da konflikte gab und ganz zum schluss will ich dann auch noch sagen also mein fazit und mein wohlfühlfaktor will ich euch dann auch noch erzählen und ich werde diese einzelnen punkte immer bewerten und am ende gibt es dann so eine endpunktzahl sozusagen so leute dann würde ich mal sagen los geht's kommen wir mal als erstes zu der bestellung bei der bestellung war es dann so das ist eigentlich ganz einfach man geht auf die internetseite six.com oder six.de unter der rubrik autoabo sucht sich das auto dann aus und gibt dann da seine ja seinen namen die adresse dann die kreditkarte an und natürlich auch wo man arbeitet das wollen sie als wissen diese informationen dann kann man das ganze bestellen und wahrscheinlich ganz einfach und deswegen benötigt das ganze mit neun also neun von zehn punkten so jetzt kommen wir mal zu der nächsten rubrik und zwar kosten und ausstattung da muss ich sagen bei mir war das dann so dass ich das auto im jahr 2020 geholt habe da waren die preise noch ein bisschen besser da gab es noch keine startgebühr und bei mir war es dann so dass ich jetzt im monat war der preis bei 200 euro aber ich habe noch die option gewählt dass ich mehr kilometer habe und zwar 20.000 kilometer auf zwölf monate was dann eigentlich für mich besser ist und der aufpreis war jetzt nicht so groß es war aber so dass ich die ersten sechs monate 230 zahlen musste und ab dem siebten monat also ab der hälfte der zeit hat sich der preis ein bisschen vermehrt und zwar genau 100 euro das heißt ich habe dann 330 euro gezahlt ab dem siebten monat aber im durchschnitt ist es dann trotzdem so dass ich für die zwölf monate 280 euro gezahlt habe und das ist eigentlich ganz in ordnung bei der ausstattung war es dann so ich hatte alufelgen led scheinwerfer sitzheizung spur halteassistent lengradheizung navi und klimaautomatik und es war ein manuell schalter von der ausstattung her war es eigentlich ganz solide und das ganze will ich dann bewerten mit neun punkten so jetzt komme ich weiter zu der abholung bei der abholung war es dann so dass ich im mai einen termin hatte anfang mai 2020 der wurde leider gecancelt weil das auto noch nicht bereit war und es war schon ein bisschen ärgerlich für mich dann bin ich halt eine woche später hingegangen dort angekommen war es dann wieder so dass das auto nicht da war obwohl ich schon da war da habe ich mich ein bisschen darüber aufgeregt weil die leute das mir auch vorher sagen können dass das auto noch nicht da war und dann habe ich mit dem mann geredet ob ich da einen ersatzwagen bekomme ich muss sagen der mann war sehr sehr unfreundlich in stuttgart weingen war das ganze dann hat er mich erst mal eine halbe stunde dort warten lassen und dann hat er gesagt ja kusch diesen van mit dem kannst du nach hause fahren und morgen dann wiederkommen weil das auto dann morgen da ist und das fand ich schon ein bisschen ärgerlich das ganze und deswegen gibt es hier von mir leider nur ein punkt von zehn punkten weil ich weil der termin als zweimal gecancelt wurde und weil der mann sehr sehr unfreundlich war so jetzt komme ich mal dann zu der abgabe also ich bin das auto dann ein jahr gefahren und 19.000 kilometer später habe ich das auto abgegeben das war dann so ich bin an den schalter gegangen da war eine frau die war sehr freundlich nicht wieder mann vor einem jahr also bei der abholung und es war dann so dann ist eine mitarbeiter gekommen und dann haben uns das ganze auto dann draußen angeguckt der ist außen rum gegangen hat sich das auto drin angeguckt aber versteht mich nicht falsch er hat keine lupe oder so verwendet er das ganz normal angeguckt jetzt und da war auch gar kein kratzer weil ich habe das auto immer weiter weg gepackt von den anderen autos auch bei parkhäusern immer weit weg mir ist egal auch wenn ich 100 meter mehr laufen muss ich wollte keine kratzer verursachen und so war es dann auch ich hatte null kratzer und dann muss ich das ganze mit null euro bezahlen und deswegen gibt es auch hier zehn von zehn punkten weil das ganze ganz korrekt abgelaufen ist bei der abgabe bei der abholung leider nicht so jetzt komme ich noch mal zum kontakttelefon service 6 hat eine telefonnummer eine service hotline aber wenn man da anruft wird man sofort auf die e mail verwiesen auf die service e mail oder auf die internetseite weil die haben damals das gar nicht betrieben dieses telefonservice und das ist auch so wenn du unfall hast hast du gar keinen ansprechpartner weil manche leute sind da in euphorie die sind aufgeregt und wollen eigentlich ein gesprächspartner haben aber das war die gleiche nummer auch für diese unfall nummer und man konnte dann nie anrufen und das fand ich echt blöd auch wenn du eine frage hast kannst du die nie stellen aus per e mail aber manche leute denen ist es sehr wichtig zu telefonieren mir war es dann auch wichtig und deswegen gibt es hier nur einen punkt eigentlich null punkte müsste es geben aber ich gibt hier trotzdem ein punkt weil man mit e mail ja noch hier kontakt haben kann also ein von zehn punkten so jetzt komme ich mal zu dem problem und zu den konflikten nach drei monaten war es dann so dass sechs einfach 1000 euro von mir abgezogen hat und ich wusste aber nicht warum dann habe ich den e mail geschrieben und die haben gemeint sie haben einen fehler gemacht die haben gedacht dass ich die ersten drei monate gar nichts gezahlt hätte und dann haben sie das auf einmal eingezogen was aber nicht der fall war es war einfach ein fehler im system fand ich dann auch ein bisschen ärgerlich dass die einfach eigenmächtig mein konto hier belastet mit 1000 euro ein problem war ja noch mit der abholung dass ich da zweimal versetzt wurde und natürlich den telefonservice was ja dann auch nicht gegeben war so leid jetzt komme ich mal zu meinem wohlfühlfaktor und zu dem fazit also bei mir war es so wo ich das auto bestellt habe habe ich natürlich erst mal geguckt im internet nach erfahrungen dann bin ich auf die facebook seite gegangen von six und da waren durchgehend schlechte bewertungen jeder hat sich da beschwert über kratzer die sich nicht verursacht haben aber ich habe mir das ganze dann trotzdem zugetraut ich hatte dann das glück dass es bei mir nicht war aber leute ich gebe euch einen tipp bevor ihr das auto abholt macht fotos außenrum bei der abholung auch dann kann eigentlich sowas nicht passieren dann seid ihr immer auf der sicheren seite auch rechtlich weil ihr dann beweismittel habt weil jetzt ein paar sachen hier passiert sind bei der abholung dass ich da zweimal versetzt wurde dass der mann so unfreundlich war es gab kein telefonservice mir wurde einmal 1000 euro abgezogen den wohlfühlfaktor würde ich dann so bestimmen also ich würde eine vier von zehn punkten geben leider ist da mehr nicht drin wenn die sachen hier noch verbessert werden dann würde ich da vielleicht mehr punkte geben und jetzt kommen wir mal noch zu der gesamtbewertung es gibt ja insgesamt 50 punkte und bei der bestellung gab es ja neun punkte bei den kosten und bei den ausstattung auch neun bei der abholung ein punkt bei der abgabe zehn punkte beim kontakt und telefonservice gab es ja ein punkt und dann kommen wir auf eine gesamtpunktzahl von 30 und möglich waren sehr 50 punkte also hat six von möglichen 50 punkten bei mir 30 punkte bekommen und wenn ihr euch das auto jetzt genau anschauen wollt ich tue das ganze mal hier unten verlinken da habe ich ein review gemacht zu dem auto dann könnt ihr euch das anschauen und dann würde ich mal sagen adios amigos wir sind nicht vielmals aus 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 Vielen Dank.